Alles rund ums Holz. Mit Tradition gezimmert wird in der Zimmerei Wanzenberg in Absdorf, die bereits 1920 gegründet und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Die Mitarbeiter zimmern seit jeher mit Herz und Hand. Die Freude am Beruf bringt mit sich, dass alle Projekte mit Bravour ausgeführt werden. Diese reichen von Carports über Niedrigenergieholzhäuser, Dachstühle, Zubauten und Aufstockungen bis hin zu Deckenkonstruktionen und Terrassenüberdachungen. Aber auch andere, weniger typische Arbeiten liegen im Metier der Holzexperten. Die rund zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Betriebs bauen für die vielen Privatkunden auch Zäune, Teichbrücken, Wintergärten und übernehmen Sanierungen. Bei Wanzenberg setzt man auf die Erfahrung langjährig gut geschulter Mitarbeiter, die sich regelmäßig weiterbilden. Wenn Sie mehr über die Zimmerei Wanzenberg und die angebotenen Leistungen erfahren möchten, dann sehen Sie sich auf http www.wanzenberg.absdorf.at um.